Karl-Johann Kautzki war ein deutsch-tschechischer Philosoph und sozialdemokratischer Politiker. Leben und Schaffen Karl Kautzki war der Sohn einer österreichischen Mutter und eines tschechischen Vaters. Seine Mutter Mina Kautzki, geborene Eich, war Schauspielerin und Schriftstellerin. Sein Vater, Jan Kautzki, arbeitete als Theatermaler. 1863 zog die Familie in die österreichische Hauptstadt Wien um. Kautzki besuchte das Stiftsgymnasium Melk und das Akademische Gymnasium Wien. In Wien wurde er von Mitschülern und vom Lehrpersonal als Mischling gebrandmarkt und diskriminiert. In der politischen Mitte Österreichs war damals die rassistische Vorstellung verbreitet, dass die Slaven minderwertig seien. Dies weckte in Kautzki, wie er später selbst schrieb, tiefen Hass auf die Habsburger Monarchie. In der Folge wurden die Unabhängigkeit Tschechiens und die Ausrufung der Böhmischen Republik die politischen Ideale seiner Jugendzeit. Während des deutsch-französischen Krieges von 1870-1871 sympathisierte er entsprechend mit Frankreich, das er als Verbündeten der tschechischen Unabhängigkeitsbewegung ansah. Jedoch wechselte seine Sympathie mit dem Aufstand der Pariser Kommune. Kautzki war begeistert von den Einrichtungen der Kommune, vom Ideal der direkten Demokratie, vom Volkseigentum. Entsprechend wandte sich sein Interesse dem Sozialismus zu. In einem autobiografischen Zeitungsartikel gibt er an, dass er sich neben der einschlägigen sozialistischen Literatur auch intensiv mit Heinrich Heine, Henry Thomas Backel, John Stuart Mill, Charles Darwin, Ernst Heckel und Max Buchner auseinandergesetzt habe. Bereits vor dem Beginn seines Studiums an der Universität Wien trat er 1874 in die SDRP ein. Kautzkis Studienfächer Philosophie, Geschichte und Volkswirtschaftslehre waren bereits im Hinblick auf seine politischen Interessen hin ausgewählt worden. Unter anderem deshalb gelang es ihm bereits während seiner Studienzeit, unter dem Pseidonym Semachos verfassten Artikeln zu einem der einflussreichsten Journalisten der sozialdemokratischen Presse zu werden. Zwischen 1880 und 1882 war Kautsky Mitarbeiter des Privatgelehrten Karl Höchberg in Zürich. Dort freundete er sich mit dem Sozialdemokraten Eduard Bernstein an und begann sich mit dem Marxismus zu beschäftigen. 1881 lernte er bei einer Reise nach London Karl Marx und Friedrich Engels kennen. 1883 gründete er die Zeitschrift »Die Neue Zeit«, deren Herausgeber und leitender Redakteur er bis 1917 blieb. Er schrieb politische und historische Studien und wurde zu einer Autorität auf dem Gebiet der Marxien-Theorie. Von 1885 bis 1890 lebte er in London und war eng mit Friedrich Engels befreundet. Nach dem Fall des Sozialistengesetzes 1890 kehrte er nach Deutschland zurück und lebte von 1890 bis 1897 in Stuttgart, wo die Neue Zeit erschien. 1891 bereitete er zusammen mit August Bebel und Eduard Bernstein das Erfurter Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vor. Auf der Grundlage der marxistischen Theorie strebte es eine sozialistische Gesellschaft in Deutschland an. Nach dem Tode von Friedrich Engels wurde Kautzky der wichtigste und einflussreichste Theoretiker der SPD und stand als Wortführer eines orthodoxen Marxismus an der Seite von August Bebel im »Marxistischen Zentrum« der Partei. 1903 profilierte sich Kautzky in der Partei als Kritiker des Bernsteinischen Revisionismus, vermittelte zwischen der reformorientierten Parteiführung und der radikalen Linken. 1909 veröffentlichte er das Buch »Der Weg zur Macht«. In der Massenstreikdebatte 1910 wandte sich Kautzky gegen Rosa Luxemburgs Revolutions-Konzept, das stärker auf spontane revolutionäre Strömungen in der Arbeiterschaft setzte. Im Spätsommer 1914 brach die Partei Linke um Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin endgültig mit Kautzky. Da dieser beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs dem Kriegskurs der SPD-Führung und der Burgfriedenspolitik ihrer Ansicht nach nicht entschieden genug entgegentrat, wie Rudolf Hilferding, Ugo Hase, Karl Liebknecht und andere entwickelte Kautzky ab ca. 1900 kritische Positionen zum Gesamtphänomen des Imperialismus, der nur durch den Sozialismus aufgehoben werden könne. 1912 jedoch schwenkte er um und vertrat die These eines möglichen Ultra-Imperialismus, in dem ein Staatenkartell an die Stelle der imperialistischen Konkurrenz treten und somit das Wettrüsten und die Kriegsgefahr beseitigen könne. Lenin kritisierte diese Auffassung ab 1915 siebzehntel scharf und warf Kautzky-Revisionismus vor. Erster Weltkrieg, November-Revolution und USPD im Frühjahr 1916 trat Kautzky gemeinsam mit seinem Freund Hugo Hase und mit seinem früheren Gegner Eduard Bernstein gegen die aggressive deutsche Kriegspolitik auf. Daraufhin wurden alle drei von der Parteiführung isoliert. 1917 gründeten Hase, Wilhelm Dittmann, Kautzky, Bernstein und andere die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die den Kriegskurs der Reichsregierung und dessen Unterstützung durch die Mehrheitssozialdemokratie bekämpfte. Durch die November-Revolution 1918 wurde Kautzky als Vertreter des Rates der Volksbeauftragten unter Staatssekretär im Auswärtigen Amt. In monatelanger Arbeit studierte er die Dokumente des Amtes aus dem Jahr 1914 und legte im Februar 1919 eine Denkschrift über den großen Anteil der deutschen Regierung Bertmann-Holwig an der Kriegsschuld vor. Reichskanzler Philipp Scheidemann verhinderte jedoch eine Veröffentlichung der Denkschrift, weil er glaubte, sie würde der deutschen Position bei den Friedensverhandlungen von Versailles schaden. Erst Ende 1919 wurden die auf Kautzkys Sammlung basierenden deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch veröffentlicht, zu spät um Versailles noch zu beeinflussen. Daneben betätigte sich Kautzky in der ersten Sozialisierungskommission, deren Vorsitz er innehatte. 1918 wandte sich Kautzky scharf gegen die Oktoberrevolution in Russland und begründete dies in der Schrift die Diktatur des Proletariats. Im Jahr 1918 lehnte Kautzky den Ruf auf die Nachfolge von Luio Brentano als Professor für Nationalökonomie an der Ludwig-Maximilians-Universität München ab, den Max Weber annahm. Als die USPD 1919-20. nach links rückte, war er dort bald isoliert, verließ die Partei 1919 und kehrte 1922 in die SPD zurück. 1924 ging Kautzky wieder zurück nach Wien. 1925 war er Mitautor des Heidelberger-Programms der SPD, das wieder stärker die prinzipielle Gegnerschaft der SPD zum Kapitalismus betonte. Nachdem das Görlitzer-Programm von 1921 den Schwerpunkt auf eine Reformpolitik gelegt hatte, Nach dem Anschluss Österreichs an das Nationalsozialistische Deutsche Reich im März 1938 emigrierte Kautzky in die Niederlande und lebte bis zu seinem Tod im Oktober desselben Jahres in Amsterdam. Persönliches und Andenken Kautzky war in erster Ehe von 1883 bis 1889 mit Luise Kautzky. Strasser verheiratet, die nach der Scheidung Sekretärin von Friedrich Engels in London wurde. Ab 1890 war er dann mit Luise Kautzky. Ron Sperger verheiratet. Er lebte zwei Jahre in der Berliner Saarstraße 14 in der damals noch eigenständigen Landhauskolonie Friedenau, wo heute eine Gedenktafel an ihn erinnert. Karl und Luise Kautzky hatten drei Söhne. Den Frauenarzt Karl Kautzky, Felix Kautzky und den SPÖ-Politiker Benedikt Kautzky. Rosa Luxemburg, die in der nahen Kranachstraße 58 in Schöneberg wohnte, verband eine enge Freundschaft mit Luise Kautzky. Im Jahr 1994 wurde in Wien-Floridsdorf die Kautzkühgasse nach ihm benannt. Im Januar 2010 eröffnete in seinem alten Wohnhaus die sozialistische Jugend Deutschlands die Falken ihre Bundesgeschäftsstelle unter dem Namen Luise- und Karl-Kautzky-Haus. Schriften Karl Kautzkys Nachlass wird vom Internationalinstitut for Soziale Geschiedenis in Amsterdam verwaltet. Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft 1880 Karl Marx ökonomische Lehren 1887 13. Aufl 1910 14. Aufl 1912 Thomas More und seine Utopie 1888 Friedrich Engels 1887 Die Klassengegensätze von 1789 zum 100-jährigen Gedenktag der Großen Revolution 1889 Das Erfurter-Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert 1892 3. Aufl 1899 Digitalization Die Vorläufer des neueren Sozialismus 1895 Die Agrarfrage Eine Übersicht über die Tendenzen der modernen Landwirtschaft und die Agrarpolitik der Sozialdemokratie 1889 1889 2. Aufl 1902 Digitalization Bernstein und das Sozialdemokratische Programm Eine Antikritik J. H. W. Dietz-Nachf Stuttgart 1899 Digitalization Die Soziale Revolution 1902 Ethik und materialistische Geschichtsauffassung 1906 Der Ursprung des Christentums 1908 Der Weg zur Macht 1909 Die Wandlungen der Goldproduktion und der wechselnde Charakter der Teuerung Dietz-Stuttgart 1913 online Rasse und Judentum Nationalstaat imperialistischer Staat und Staatenbund 1915 Elsass-Lothringen Eine historische Studie Dietz-Stuttgart 1917 Die Diktatur des Proletariats 1918 Die historische Leistung von Karl Marx Zum 25. Todestage des Meisters Zweite Auflage 1919 online Wie der Weltkrieg entstand Paul Kassirer Berlin 1919 Neuauflage Elektrischer Verlag Berlin 2013 ISBN 9783943889338 Terrorismus und Kommunismus Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution 1919 Die Internationale 1920 Die Proletarische Revolution und ihr Programm 1922 Die materialistische Geschichtsauffassung 1927 Krieg und Demokratie 1932 Erinnerungen und Erörterungen 1960 Regen Vielen Dank.